Oh, ich habe ihn getroffen, Alter, durch das Dix, ich habe ihn nie mehr gesehen. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Mekamagai und willkommen zu meinem Gameclap, diesem Kanal. Jetzt gibt es eine Runde Fortnite Battle Royale zu Silvester. Ihr kennt es, ja, ich hoffe, ihr kommt gut rein und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja, der Hightower ist natürlich auch dabei. Ja, viel Spaß. Schneeflöckchen, hoch das Röckchen. Aber mein Adler, der hat den Durchblick. Du hörst jetzt doch keinen anderen Gleitern. Ja, heute füglich Gloria. Hier sind Bäume, hier sind Bäume, wir müssen in das Haus. Das ist Haus. Dann guck doch auf der Karte. Das ist die gute Scheune. Das war leicht orientierungslos. Oh, ich höre Lichtschwede. Minis habe ich noch schnoppt. Das war total orientierungslos. Ich habe nur Bäume gesehen. Ich wusste es nur hin. Ich habe noch Minis, falls du einen Biggie findest, nicht schlecht. Ich habe mich reintressen. Oh, ich habe aber einen Biggie gefunden. Bei mir hier muss ich küsse. Oh, ein Geschenk. Ich habe Minis. Sehr schön. Der Mini, der übrig bleibt bei dir, den kannst du mir ja geben. Ich bin gerade Mini-Träger, Junge. Oh ja, der Sturm ist ja vorbei. In der roten Scheune habe ich gerade eine grüne Sniper gesehen. Beim Vorbeigehen. Sehr schön. Oh, eine lila Sniper. Aber keine Heavy-Snap. Das ist nur die neue. Ich habe eine blaue Sniper. Ich habe eine blaue Sniper. Ich habe eine blaue Sniper. Der kann auch besser werden. Ich habe eine blaue Sniper. Was hast du? This is a 19. Ist doch geil! Ich will die Anhand. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, ich bleib bei der Pumpe. Hast du eine taktische Pumpe? Ich hab auch nur eine graue. Hier ist noch eine blaue Oldschool. Wenn du einen höher gehst. Blaue Oldschool würde ich auch nicht. Ich hab nur eine graue. Ja, da muss ein höher kommen. Hast du einen gelben Schuh? Ja. Du hattest doch einen Biggie für mich, hm? Hä? Nein. Ich hab gesagt. Ich hab Minis, falls du den Biggie nicht zu früh schon reinbrettest. Das meinte ich. Und dann hab ich einen Biggie für mich gefunden. Aha, da hinten sind wir hier. Boah, ja, ich hab auch fast. Puschen. Schöne Headdy. Das ist ein anderer. Nee, ich hab ihn getötet. Da kommt noch einer. Der holt sich die Karte. Da ist er. Der weiß nicht von wo. Der hat eine Heavy-Sniper natürlich. Oh, ich hab ihn getroffen! Alter! Du, ich hab ihn nicht mehr gesehen! Alter! Ich hab einfach nur Predicted, Junge! Äh, hast du jetzt die Heavy-Snapper? Nee, ich kann's ruhig nehmen. Ich hab... Ich hab ja die hier. Kann's ruhig nehmen. Kann ich auch die blaue Taktische haben? Nee, die will ich. Oder die die haben. Ich hab' den anderen gut schönes. Ich hab' nur auf gut Glück reingeschossen da. Boah! Wollen wir auch V-V-V? Hier ist ein Fisch drinne! Hier ist ein Fisch drinne! Was haben wir hier für'n Fisch? Für dich einen? Ach, nö. Äh, ja. Lass mal aufs Haus rauf. Alter, das war einer meiner besten Sniper-Shots. Und dann auch ein Headshot. Einfach, du, einfach mal sinnlos ins Maisfeld geschossen. Wo ich dachte, so könnte er ungefähr sein. Alter, jetzt musst du Sturm einsetzen. Ja. Boah, Alter, ist das behindert. Da werden wir gleich ganz viel Pech haben, ne? Ganz viel Pech haben, ja. Da hat der Sturm auch und um uns rum sind überall gegner. Ah ja. Ah ja, wir sind Schreiben, ne? Aber John wird wieder besser auf. Ah. Wo ist der im Mord von Kylo Ren? Wir müssen wieder zurück. Das heißt, sie kommt von der Seite. Also, die werden aus Richtung Südwesten und Westen kommen. Äh, ich bändige den Sturm, Junge. Äh. Mit der dunklen Macht. Ah, ne, das wird nix. Die Macht ist einfach nicht auf meiner Seite. Äh, das wird ja auch nicht auf der Seite. Äh. 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 Das ist einfach nicht auf der Seite. Äh. 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 Schon wieder etwas besser. Das, was im Lebkuchen geil ist, ne? Deswegen, hier ist es mein Kopf. So, der Sturm hört auf. Dalton! Ja, hab's gesichtet. Ich guck mich mal um. Sind die noch da drin? Oha. Auf wen ging der Schuss? Nein. Schießen sie auf die? Aha. Komm, hier so hoch. Hast du die gesehen? Alter! Du bist gut. Aber jetzt wissen sie, dass wir hier hinten sind. Ne, die müssen erst kommen, ne? Da, hier unten! Hit. Starker Hit. Die da hinten kommen auch. Sehr schön. Aufgenockt. Hast du den anderen? Schieß auf! Der andere kommt. Ich kann nicht aufschießen, ich hab keine heavy-snipe, ey. Ja, ja. Warte, warte. Oh, ne, er baut noch eins. Schieß mir ein Gewehr drauf. Ich hab aber nur... Ich hab nicht mal mehr 100 Schuss. Ah, verdammt! Ich hab nur 69 Schuss, Junge. Alle müssen. Ja. Scheiß drauf. Aber wir denken dran, unter uns ist auch einer. Thomas, du musst mir gleich mal eher Schuss geben. Ja. Ich hab nur 69 Schuss, da ist nix. Dann warte ich, okay. Gut. Lass, lass rein. In der Zone. Wir wollen hinten hier auf dem Hügel raufholen. Irgendwie erhöhte Position. Ah, scheiße, guck mal nach rechts, Junge. Das ist ja auch Action. Lass, lass auf unsere, auf unsere Stage hier. Die vorne rechts wurde auch gebaut. Lass oben aufs Dach. Auf mein Gebäude. Aber von hinten rum. Nicht, dass die sehen, dass die da hoch gebaut haben. Ich wollte auch nicht hochbauen, ich wollte von unten rein. Ah, Junge, was machst du denn? Wieso bleibst du mitten im Weg stehen, Alter? Wie so'n Glebo. Ich glaube, auf uns wird geschossen. Äh, rechts sind auch noch welche. Der hielt sich. Sehr schön. Oh, der hat wieder... ... Shots bekommen. Der hat eine Geschenke. Oh, 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 oh! Rein hier. Thomas, Vorsicht! Hast du noch Schatzpitz-Munition? Ja. Warte, erst mal die Zone. Die Zone kommt ja, wir müssen los. Ich geb dir gleich was. Ich hab 23 Schuss, hab ich insgesamt. nur 8. aber wenn man die hätte das auch guter müssen sie wieder verschwenden 150er hit den haben sie nicht mit stecken sind nicht mal eben so ja dann müssen sie auch noch grünen von uns tot also down nicht komplett tot aber down ist gar für dich jetzt habe ich genug schnippigen da hinten ist eine tot ja sehr schön da vorne ob ich den nicht getroffen weiß ich auch nicht was letzte etwa das letzte ist habe ich gar nicht mitgekriegt das war dann wünsche ich euch noch schönen лиützen würde von gut rein juni zu tief das habe ich gar nicht Kraft ja noch ein schönes neue Naval, tüdle, oielñüüü. Juhiserne, ringgekloppt und tüdelüüü. Juhu. Bis zum nächsten Mal.